Musik 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 Wie, ihr rüstt sich nicht scheiß aus? Ja, das ist die Frage. Weil ich hab jetzt das Ding auf. Skater? Vielleicht bei Skater? Weil du brauchst 6 Menschen für irgendwas. Oh, Lenny! Lenny! Und nie! 700 Fans, 800 Fans und 800 Fans. Lenny ist da, Alter. Neuling? Neuling? Ja, die haben auch gerade erst angefangen. Lenny! Ah, er ist da. Okay. Doch. Er müsste eigentlich auf unserer Seite kommen. Ja, ja. Ich hole mir den. Ja, ich hab ihn. Lenny! Schick ihn! Lenny, ich schick! Ich schick! Ich schick! Ja, ja. Aua! Lenny wurde geschickt. Hab ihn! Lenny, ich schick! Ich schick, ich schick, ich schick! Oha, das war ein nicer Schick! Oha! Ich geh ab! Ich schick dir! Ich geb dir! Achso! Ich darf nicht schreien, sonst macht meine Mutter Aua! Aua! Nee, Digga! Ich schick ihn! Nimm ihn doch! Ey, ich konnte nicht! Oh oh! Aber ne, ich glaub die schicken hart! Warte, ich rolle entgegen! Ich rolle entgegen! Ja, ist jetzt... Ja, ja, das wird... Nein, ich hab ihn nicht geschickt bekommen! Ja, die haben gewiffed! Ja! Abgefangen, nice, gut! Hier, schick! Nein, ich schick ihn doch nicht! Ich schick, ich schick, ich schick! Ich hab ihn! Ich hab hier wirklich! Ich brech aus! Ich bin wild! Nein! Ich bin nicht wild genug! Lenny ist wild! Oha, der hat dich richtig knapp verfehlt, Lenny! Pass auf! Lenny, hinter dir! Ich hab ihn, ich hab ihn! Ich hab ihn, ich hab ihn! Ich schick, ich schick, ich schick! Dennis! Schick ihn rein! Ach, Mann! Hau ihn weg! Oha! Ja! Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn! Lenny! Schick nach vorne, schick nach vorne! Warte! Hier, lauft wieder eine Runde, dann schick ich euch! Ja, schick, 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 schick! Super geschickt! Ah, daneben geschickt! Ja, der will mich austanzen! Die Sau! Hat er auch gemacht! Oh, du kannst doch nicht! Das hat er nicht gerafft, du! Mach es ab! So! Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn! Rutscht nach vorne! Dennis, ich schick! Ja, jawohl mit dem Ball! Wollen wir! Ist das Tor jetzt auf? Jetzt ja! Ja! Schick, 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 schick! Nein! Nee! Nee! Bruder! Oh, der Ball ist weg! Der Ball ist weg! Die haben ihn gewiffed! Da ist der Ball! Ja, ja! Ja, Lenny! Ich kann nicht schicken! Ich steh vorne! Hier, schick! Er hat den falschen weggetaggelt! Okay! Ich steh! Ich steck rüber! Ich steck rüber! Hier! Nein! Nein! Ist das Tor oben? Nee! Wir müssen noch eine Runde! Fuck! Wir brauchen noch so einen Boost, Alter! Ich steh hier vorne! Ja, du machst das gut, Lenny! Du haust ihn hier richtig weg! Los! Hier, schicken! Ja! Ich kann nicht! Nein! Ich kann nicht schicken! Der muss doch hier das Momentum haben! Ich habe ihn, glaube ich! Nein! Nein! Die haben ihn! Nein! Nein! Er wirft! Er wirft nicht! Er wirft nicht! Er wirft nicht! Oh mein Gott! Lenny! Was hat der gemacht? Er geht rum! Er geht rum! Ah fuck! Ah fuck! Der ist so hoch! Ich roll' entgegen! Ich roll' entgegen! Alter! Das ist ein bisschen unerfallsum! jawohl ja ja ich kann noch nicht ich konnte nicht ich habe ihn auch nicht ich habe nicht er geht oben lang er geht oben lang ich drehe um ich drehe um ich drum ja ja dennis ich habe gedrückt mit geburt ja die galenny nein ich habe ihn ich habe ich habe ihn ich habe ja okay ich bin vorne ich bin vorne hier habe ich geteckt beim schicken ich stehe ready ah nein ich wurde geteckt okay ey digger er wiff warte ich rolle ihm entgegen ich rolle ihm entgegen hier schick lol mit kuh kannst du hoch springen nein ich konnte nicht mit kuh kannst du hoch springen ja ich weiß ich meine nur wenn die auf dich zukommen oh 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 ich glaube die machen jetzt ernst ich rolle ihn entgegen hau ihn doch weg nein nein ich kam nicht hoch scheiße der wird jetzt so drin sein nee nee der schickt wieder nicht der schickt mich der schickt mich der bre let's go nein ich wollte gerade schicken moin fabian hau ihn doch weg da jawohl ich bin ready ich bin ready nein der hat Lenny aus dem Leben geschickt der ist vor dir Lenny nein nein der hat mich weggeschickt nein 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 aber es ist oberthalber oder ich weiß nicht wie das verlängerung ich glaube auch nicht ich glaube es ist zu ende ja ach man er ist ja loose hier alter ja was willst du da machen alter die haben geschickt die haben richtig geschickt aber die waren nicht stark also das war spannend fortfahren gibt trotzdem fans es gibt immer fans es gibt immer fans zurück zum Hauptmenü Sponsoren das war ich glaube auch nicht